Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Ich genieße es, ihn am Anfang der Folge zeigen zu können in seiner vollen Pracht. Haben wir hier Cobblestone mitgebracht? Die Dinger sind immer noch nicht voll, was ist denn das? Alter. Das setzt sich auch immer ein bisschen zurück, wenn ich da wieder was reinmache. Ich hätte jetzt ausprobieren sollen, ob Seeds reingehen, aber es müsste eigentlich auch gehen. Haben wir Cobblestone? Ne, haben wir nicht. Ach hier, ach, wir haben... Alter, ich bin nicht blöd. Ich habe ja hier Stufen dabei. Okay, das hat geklappt. Und da? Anscheinend nicht. Sie dabei? Na, na, mach, mach, mach. Aha. Okay. Die könnte man fast als Deko hier stehen lassen für irgendwas, ne? Aber, ne, 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 wir machen sie weg. Sonst kommt noch einer auf die Idee, hier wirklich was Kompost reinzuwerfen. Ja, das wäre dann doch mehr als unappetitlich. Das ist nun normale gewirken worden. Aus den Zepplingen wird noch... Dann werden es wohl doch nur so schmale, wenn man die mit Kompost düngt, oder was? Wie gesagt, ich kenne die Mod auch nicht. Gehen wir mal da hin und düngen den mit Kompost. Da, seht ihr? Dann ist der Stamm so. Das wäre bei der Birke eigentlich auch cooler gewesen, oder? Ah, die kann man auch. Ja, weiß ich nicht. Doch hat was, irgendwie. Was ich mir übrigens auch noch vorstellen könnte, wenn hier so ein bisschen Wein runterhängt, oder? Oder dieser Poison Ivy. Haben wir aber natürlich gar nichts von hier, ne? Bräuchten wir aber auch für den Weg. Hatte ich mir da auch schon gedacht, um was zu kaschieren. Auch ein Schmetterling. Okay. Hmm. Na ja, okay. Warte mal, da tun wir mal weg. Da brauchen wir ja nicht mehr. So. So viele Fackeln brauchen wir auch nicht. Und das tun wir auch mal weg. Und das ist zwar scheiß und dreckig egal, aber den können wir mal in die Tasche tun. Ach so, dort habe ich sowieso genug. Was wollte ich denn jetzt noch? Die habe ich. Ja, selbst weiß ich nicht. Gravel. Aus Gravel und Dirt kann man doch auch diese, diese Gravel dort, dieser, dieser Cursed Earth machen, ne? Glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ach so, den wollte ich eigentlich weg tun. Ach, scheiß doch mal auf. Mein. So. Ich will mich hier jetzt, denke. Ist natürlich einer von kaputt gegangen, ist klar. So, den können wir da hin tun. Hier hatte ich dann so gedacht gerade. Ist auch schon gut, dass das jetzt anfängt zuzuwachsen. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher. Ähm. Wie den Weg selber, ob wir den wie hinten machen, aus dem, so, ne? Oder aus Gravel oder, oder diesen Cursed Earth. Wobei Gravel, das sieht man hier, weil das sieht man dann zu seiner von der Seite. Das fällt mir nicht so wirklich, glaube ich. Wollten von hier unten anfangen. Warte mal. Wir haben jetzt hier. Sehr gut. Und spitze. Hat das Gras wieder super hingekriegt, dass das falsch platziert wird. So. 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 Gefällt mir schon nicht. Ähm. Weil zu massiv. Ja. So. Gefällt mir schon nicht, weil zu massiv. Aber gucken wir später. So. 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 Dann sind wir hier. Dann sind wir hier. Ja. Wo ist jetzt der andere, von dem wir kommen? Da. Da. Das passt also nicht so wirklich. Äh. Äh. Immer hier jetzt. So machen. Dann wären wir hier auf der Höhe. Oder man macht hier zwei Stuhl. Aber dann haben wir die Steilwand nicht. Ähm. Ähm. So. Dann sind wir hier auf der Höhe. Wenn man hier noch. Ja. Das passt mit dem schon mal nicht. Aber. Machen wir. Weg du. Du weg. Hopp. das müssen wir darunter füttern so wenn wir hier bei dem hier auf die höhe kommen irgendwie wäre schon geil so das kriegen wir von treppe nicht nicht hin scheiße das ist scheiße sind aber überall zwei ja so so setzt ja da würde er hier kurzzeitig zu schmal das ist auch kacke wenn man weiß ich nicht irgendwie mal noch eins runter so hier müssen wir ja dann eins runter das passt mir nicht das ist mir das passt mir nicht müssten hier noch eins nach außen kommen das würde bedeuten hier irgendwo einfach zwei stufen runter oder hier zum beispiel dann sind wir auf der höhe und dann kriegen wir das auch irgendwie geschissen hoffe ich dass sich das verbindet hier hier hätte ich es aber gerne wirklich so wie es ist hier hätte ich es aber gerne wirklich so wie es ist das ist aber da habe ich mir was ausgedacht leck mir am arsch warum komme ich immer auf so eine kacke kann man denn mal einer sagen ja du musst deinen senp fässer zu geben ja gut ich habe ja gesagt können wir leider sagen kommen hier raus gehen hier so runter können wir so weiter gehen darunter und grundsätzlich gefällt mir das bis jetzt schon das da unten gefällt mir aber auch wir müssten also irgendwie eine verbindung von hier jetzt darunter kriegen die fackel habe ich da nicht so gut platziert glaube ich du weg das dann wieder weg müsste das hier auch wieder weg auf jeden fall es ist dunkel es ist leider dunkel der muss ja hier zweier sein wobei nein er muss nicht zweier sein kann ja so sein und hier erst zum zweier werden aber dann haben wir den trick immer noch nicht das ist ja ja das habe ich mir einfacher vorgestellt okay wir gucken morgen wie wir das hinkriegen gut naaah